Bettenumbau Reisemobile mit einem Hubbett unter dem Dach bieten zusätzliche Schlafplätze. Entfernen Sie gegebenenfalls Kopfstützen und Polsterelemente, bevor Sie das Hubbett absenken. Nutzen Sie zum Aufstieg die dafür vorgesehene Leiter und hängen Sie die Sicherungsnetze ein. Sie schützen Sie vor dem Herausfallen. Achten Sie darauf, dass das Hubbett vor der Fahrt fest einrastet. Bei den meisten Modellen kann die Sitzgruppe mit wenigen Handgriffen zu einem zusätzlichen Schlafplatz umgebaut werden.